download in the description nice so was haben wir denn hier in den patch schnutz okay starship mario alle das links hatte wollte die achtergrine mal gut da gehen wir in chronologischer reihenfolge fort wir starten in welt 1 und handel uns ab bis in welt s in welt land natürlich aber der erste change ist in der hochgarten galaxie und zwar im kometen dieser galaxie und zwar gab es dort früher in version 1.0 einen grün stern der natürlich nicht da sein sollte ich werde die mission nicht abschließen nach packen aber ich werde natürlich auf der grünchen noch da ist oder nicht ja gut der grünchen ist weg ja grünchen das 100 prozent weg dieser fix ist schon mal fertig ein extra change in bowser's flammenflotte bei bowser juniors flammenflotte sorry die zeit sollte eigentlich 15 sekunden weniger sein hat scheinbar nicht so gut funktioniert so hier gab es anscheinend wir einen bug dass die dass die steinblöcke hier gedesinkt haben was ich nie selbst experience hat aber ich glaube zwar irgendwie hat damit zu tun gehabt dass wenn man die kamera so gedreht hatten die irgendwie so halb die sport hat es scheint gefixt zu sein und zwar sollen die kosmik clones einen jetzt nicht treffen nachdem man durch einen monster ist ok werde ich jetzt getroffen wenn ich ganz normal laufe das ist die frage ja aber er hat noch geschrieben dass er einen dawnstar removed hat und da bin ich gespannt was denn welchen welchen dawnstar denn die luft hat aller ja war klar so in der heisskaltkometen soll die zeit um 20 sekunden reduziert sein hat es funktioniert nein in der rollball galaxie hat er im kometen den startpunkt nach hinten gesetzt damit luigi nicht runter läuft ich habe vergessen wie fucking schnell das ding hier ist ne und schaut man weiter hinten ja das sieht gut aus so und nun als wichtigstes und allerletztes was hoffentlich ist auch funktioniert hat das ist ein bisschen peinlich wo ist kräftwasser wo ist kräftwasser wo ist kräftwasser so also ich sollte jetzt eigentlich alles funktioniert haben hoffentlich und jetzt sollte hier oben slings da sein vielleicht erst einmal zurückkommt i don't know scheint nicht so vielleicht habe ich doch wieder irgendwas fällt doch doch jetzt ist dann slings da perfekt ja okay das ist nice und ja man hat nur noch 45 sekunden alles klar das hat alles funktioniert nice okay flammwandler komet mal gucken ob die kometen die kosmik klons jetzt bisschen netter gestaltet sind okay hier gibt es kein 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 launch da kann man den sprung schaffen dann holl kann Schauen wir mal, ob denn hier das Schild jetzt da ist. Immer Lila-Münzen-Puzzle-Chaos. Ja, das sieht gut aus. Hallo zu diesem Teleporter, um den letzten Part zu ihm, Achtung müssen nach sterben. Ja. Passt. Ja, so hätte es einfach von Anfang an sein sollen. So, in Heißkalt soll ja der Timer verkürzt worden sein, um 20 Sekunden, also müssen jetzt 220 sein. Mal schauen. Und... Hey, 220. Nice. Passt. Okay. Well Run. Sieht man schon oder nicht? Ja. Da ist was da oben rechts. Und man braucht 120 Sterne. Die habe ich. Seit wann geht die Kamera mit hoch? No. Okay, dass die Kamera mit hoch geht, das ist neu. Geht ihr auch da mit hoch? Ne, hier geht die Kamera zum Beispiel nicht mit hoch. Aber wenn du hier lang gehst, geht die Kamera mit hoch. Okay, das ist nice. Hüpf-Hüpf-Hüpf-Hüpf-Galaxie. Wir starten. Rein. Das ultimative Hüpf-Examen. Ich habe Angst, was hier kommt. Pullstars. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, oder? Kein Starbit. Mann, der hätte doch den einen Starbit wegen sie geben können. Ähm. Ja. Ah! 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 Ihr habt noch keine Ahnung, was hier die beste Taktik ist. Ich glaube, hier kann man auch easy rüber. Ja, easy nicht, aber egal. Äh! Wie habe ich das gerade geschafft? Okay, das war gerade irgendwie lucky. Okay, nice. Oh Gott, was ist das denn? Nein! 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 Das hat er nicht getan! Nein! Das hat er nicht getan! Als ob! Nein! Das hat er jetzt nicht ernsthaft getan. Spring runter! Das hat er nicht gesagt! Das hat er nicht getan! Das hat er nicht getan. Das hat er nicht getan. Aber wie? Das hat er nicht getan hat. Ich hab' immer noch einen Brockenkatz, mich beim Arsch! Fuuuck! 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 Nein! Nein! Fuuuck! Nein! 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 Trotzdem noch möglich, zum Glück! Ich hab' Angst, was ich jetzt tun muss, ernsthaft! Gibt's hier Yoshi? Oder was? Hä? Oder zeigt mir das an, dass ich da eine Wolke machen muss? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es so eine Anzeige ist, so mach da eine Wolke! Okay, hab' ich gemacht! Und jetzt? Kann ich nicht weiter! How the hell? Soll das möglich sein? Okay, da vorne ist eine neue Wolke! Oh, der hell soll man das schaffen! Was ist denn? Mann ey! preference zu wollen! şurr So close! Nein! Das war so knapp! Ich bin auch dumm, ne? Ich kann doch vorher noch mal schütteln. Ernsthaft? Ich kann doch vorher noch mal schütteln. Bevor ich... Mann! Yes! Mit zwei Wolken noch weiter. Lol. Okay, da ist die Kometenmünze. Das hat er nicht ernsthaft gemacht, oder? Ja gut, dann haben wir halt hier wieder Spaß. So ein Best-Off von allen Galaxien gefühlt. Yay! Wir sind weiter! Let's go! Checkpoint? Jetzt! Nicht sein Ernst, ne? Okay. Dafür ist der Schlangenblock aber nicht so schnell. Ach so, das geht komplett durch! Oh! Ich hab gedacht, da kommen dann die Greifstelle wieder. Oh, was? Was? Äh... Warum? Ich hab Angst, ich fängst davonlaufen. Was geht mit denen ab? Wir sind etwas sehr schnell und sind nicht tot. Nicht reden noch. Ist nicht wirklich tot? Nein. Nein. Ich hab das überlebt. Wie hab ich diese Stelle gerade überlebt? Ich bin einfach auf der Kanone gelandet. What the fuck? Ah, ich kann nicht spinnen! Es sind halt einfach wirklich nur Hammerbrüder. Kein Boomerangbruder. Der weiß, dass Boomerangbrüder zu einfach sind. Die Frage ist ja, muss ich alle besiegen oder nicht? Weil wenn nein, dann würde ich einfach durchrushen. Zum Glück ist das noch kein Perfect Run hier. Fuck! Digga, ist das mein Ernst? Ich muss alle killen! Alles klar. Das waren immer noch nicht alle. Ah, fuck. MAAAN! Yo, let's go. Give me a star. Please. Let's go! Und da erscheint ein Komet. Okay. Der D-D-D-D-D-Großmeister der Galaxien. Let's go! Ja, ich hab mir da ein Safe-Sechen gesetzt, damit ich nicht immer so lange warten muss, wenn ich sterbe. Ach, come on! Warum ist da unbedingt einer? Nein! Mh-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Die Sponsoren- Fuck you, Mann! mein gehirn ist tot es ist so behindert wenn du nach oben drückst du nach oben mann danke diese stelle ist ja so scheiße ich check's nicht ich check's nicht ich check's nicht wie soll das denn möglich sein ohne getroffen zu werden zwei stunden später ja Yes, yes, yes. Das ist nicht so schwer, eigentlich, ja bitte, sterb mir nicht noch irgendwie, ja, ich hab kein Bock, die Wolken nochmal zu machen, ja, ja, es wäre so scheiße, wenn ich die Wolken nochmal machen müsste, weil die waren echt sehr schlimm. Let's go weiter, auf! Come on, let's go further, please, please. Peace. Ja, 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 ja. Das ist ein wenig. Das ist ein wenig. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Aber du hast das nicht. Wir haben hier ein wenig. Das war's für heute. 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 Alter, ich bin mitten im Hammerkreuzfeuer Stirb Stirb Waren das alle, waren das alle, waren das alle Ich glaub schon Nur noch, nur noch die drei hier hinten Ich hab's was zu sagen Wir haben's geschafft Und damit haben wir 122 Sterne Und endlich offiziell Kaiser Mario Galaxy 2 zu 100% abgeschlossen Und damit bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr euch noch gerne ein Like da und vielleicht sogar ein Abo Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Und ciao Ciao